Hallo! Na, Moment! Hallo! Ihr seid ja friendly, oder? Ja, bitte, bitte mach den Stimmverzehrer aus. Das ist kein Stimmverzehrer, Sam. Das ist meine normale Stimme. Ich hab Kehlkopfkrebs. Das ist meine normale Stimme. Ja, klar. Ob du Kehl... Du weißt ja nicht mal, was Kehlkopfkrebs ist, Mann. Lass die Scheißwitze, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich mach dich sonst ausfindig. Schau dir die Fresse ein. Ja, kannst du gerne machen. Ich hab keinen Plan, was die Kacke ist. Soll ich mir vor 25.000... Willst du meinen YouTube-Channel sehen? Dann kannst du gucken, wenn deine normale Stimme ist.